Du kriegst die Möglichkeit, mit deinem 16-jährigen Ich eine Party zu feiern. Was würde Tamasch tun? Ich glaube, der heutige Tamasch würde von dem damaligen Tamasch ein bisschen Schiss haben, glaube ich. Ich würde ihm sagen, benimm dich, du Opfer. Benimm dich die nächsten 20 Jahre. Gut, dann wird aus dir auch was. Dann würde ich ihn so besoffen machen, dass er keinen Alkohol mehr mögen würde. Das war sehr dolle, viele Partys. War ja damals auch bei diesen ganzen Rap-Sachen und dann war ich immer von da nach da nach da.